da bist du ja wieder du schießt denn da die ganze zeit auf dem zug auf dem zug keine gegner haben die auch meine waffe mitgenommen ich hab auch nur die hatte aber nur 30 schuss zwei gegner umzug da steht einer ich habe eigentlich der andere so ja das ist scheiße ich bin noch auf dem zug aber dass sie killte hier wenn wir das erste Leben jetzt für dich ich schwör auf alles ich schwör auf alles nein so Die letzten zwei auf den Beinem können gehen. Geht so eins zu töten. Ach, ist doch assi, ey. Ja, nein. Ich hab den Wichser. Ist er jetzt tot? Ja, ich bin tot. Nee, aber der Gegner. Ich hab beide mit der Pistole gekillt. Geil. Und guck mal, die Waffe kann ich nicht aufheben. Ja. Ich kann auch hier nicht einsammeln. Aber die kann ich aufheben. Ey, voll cringe. Was hat das denn jetzt wieder für eine Runde? Da müssen wir uns neu machen. Ja, war's. Ich muss das noch nicht verdauen. Ich bin direkt hier beim Shop. Auftrag, datensichern. 1000 habe ich schon. Ihr seht auch aus, als ob noch keiner war. Ja, ja, das könnte schnell gehen. Soll ich einen Mörderschlag mitnehmen. Platz mitnehmen. Platte ausrüsten. Ja, feindlich. So, nativ. Ja. Hier liegt noch ganz viel Geld. Hier ist ganz viel auch. Ich hätte immer eine Scheibe eingeschraubt. Ja, ich höre die Schritte. Oh, drei Leute, Alter. War noch drei? Boah, ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach rausgerannt und habe in die Menge geschossen. Aber ein hast du gekillt. Ja, komm, direkt nochmal.